Willkommen bei TV, es ist schön euch zu begrüßen Ein völlig neues Leben liegt euch hier zu fußen Viele neue Hände gibt es leicht zu schütteln Und folgende 5 Werte, die muss ich euch vermitteln Erstens der Kosmos, eins in Wortenblatt Ich sag was ich tu und ich tu was ich sag I say what I do and I do what I say Oder kurz gesagt, Integrität Zweitens die Erde, wir bleiben geerdet Behandeln den Menschen mit Würde und Ehre Wenn man bei uns Respekt an die Menschen gibt I treat others with kindness and empathy Understand and agree? TV for fun Teleperformance wegen dem Aran TV for fun, let's get it on TV for fun Teleperformance wegen dem Aran TV for fun, let's get it on Drittens sei sicher in jedem Fall In deinem Standpunkt gefestigt wie edles Metall Es ist nicht immer leicht, doch das Ziel sollte sein I do things right for the very first time Ich hoffe ihr wisst jetzt was geht Es geht um Professionalität Sei immer offen und bleibe bestrebt Und löse Probleme kreativ und konkret Viertens erschaffe etwas Neues, mach ein besser aus dem Gut Create and improve, that's what we do Und nun zu Nummer 5, lass das Feuer beginnen Lass die Flamme nicht verblühen, lege nach bevor's klippt Impensionate and engaged In Leidenschaft und Professionalität Innovation, Empathie, Integrität Leb was du bist, sei was du lebst Willkommen bei TV TV for fun Teleperformance wegen dem Aran TV for fun, let's get it on TV for fun Teleperformance wegen dem Aran TV for fun, let's get it on On